Hallo zusammen und einen schönen guten Morgen. Es ist Montag und die neue Woche hat begonnen. Das Wochenende ist leider vorbei, aber wir lassen uns die Laune nicht vermiesen. Denn mit schlechter Laune kann man all diesen Unsinn, möchte man fast sagen, gar nicht ertragen. Es ist März, die Sonne scheint und wir denken alle an den Urlaub. Und der eine oder andere wird an die eine oder andere Urlaubsbekanntschaft, die er gemacht hat, zurückdenken. Oft waren es nette Leute, ab und an allerdings war auch mal ein Wirrkopf dabei. Und manch einer hat seine Urlaubsbekanntschaft auch schon mal geheiratet. So oder so, der nächste Urlaub kommt und wir freuen uns darauf. Nun aber zum Nachrichtenblock. Heute haben wir diesen ausgewählt und möchten unseren Senf dazugeben. Jetzt macht die NATO wirklich ernst. Es ist wohl so, dass der Krieg in der Ukraine durch die Bombardierung eines Militärstützpunktes nahe der polnischen Grenze an die Grenze der NATO herangekommen ist. Und da wird die Verteidigungsbereitschaft noch einmal untermauert. Die Russen sollten sich alle so vorsehen. Dann nehmen wir gleich mal die dritte Meldung. Die passt nämlich so gut dazu. Deutschland hat ja 100 Milliarden Euro zusätzlich für Rüstung eingeplant. Und schon geht es los. Wir kaufen neue Flugzeuge. Wohl wissend, dass die Feinde, um die es geht, höchstwahrscheinlich kann das ja erstmal nur Russland und China sein, dass die Feinde, um die es geht, ebenso gut bewaffnet sind und dass jeder Konflikt möglicherweise oder besser gesagt wahrscheinlich in einem Atomkrieg enden würde. Denn wer gibt sich schon gern geschlagen, wenn er weiß, dass er noch die großen Bomben im Keller hat? Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es uns fraglich, warum es nötig war, die Verteidigungsausgaben in diesem Größenordnung aufzustocken. Nun gut, zum nächsten Thema. Es ist Krieg in der Ukraine. Die Russen sind der Angreifer, aus welchen Gründen und wie auch immer. Es ist so und es gibt Kriegsgegner und der eine ist Militant, der andere ist ruhig. Und so gibt es Festnahmen bei Demonstrationen. Ein Vorgang, der relativ normal ist in der heutigen Zeit. Dann hat sich eine Nachricht da hineingeschlichen, die nicht zu dem üblichen Themenkomplex passt, den wir so in den letzten Wochen und Monaten fast ausschließlich vorgesetzt bekommen haben. Vier Bergsteiger sind abgestürzt und gestorben. Bei der letzten Meldung wollen wir mal ausdrücklich betonen, von wem sie kommt. Das ist die Taz, eine linke Tageszeitung hier aus Berlin, immer wieder gern gelesen. Nun gut, die Taz schreibt, jedes Grad, das wir im Wohnzimmer, im Kinderzimmer, im Schlafzimmer, im Bad und in der Küche einsparen, bringt 5% Energiegewinn. Das hört sich erstmal gut an, aber diese Meldung kann man natürlich von mehreren Seiten betrachten. Die 5% können sich natürlich nur auf die Heizkosten beziehen und nicht auf den gesamten Energieverbrauch. Also insgesamt ist die Frage, wie viel wir dadurch tatsächlich einsparen, eine ganz andere. Dann kommt dazu, wenn wir ausgehen von einer Raumtemperatur im Durchschnitt von 20 Grad, dann bedeutet das, wenn alle im kalten Winter ihre Wohnungen frostfrei halten, dann verbrauchen wir auf diesem Sektor gar keine Energie mehr. Eine sehr gute Rechnung und eine sehr gute Meldung. Ich sehe sie schon, die Herrschaften, Lauterbach, Drosten, Scholz, Baerbock, Habeck, Söder, ja und wie sie alle heißen, beim Stricken warmer Wintersachen, dicke Socken, dicke Pullover, dicke Schals und Mützen. Leute, damit wir uns nicht die Finger wundstricken, wäre es zweckmäßig und ratsam, uns ein Fell wachsen zu lassen. Leute, in diesem Sinne, bleibt aufrecht, bleibt wachsam, bleibt gelassen und in eurer inneren Ruhe. Geht hinaus, sagt eure Meinung, trefft euch zu sozialen Kontakten mit Nachbarn, Freunden und Verwandten und denkt immer schön dran, Angst muss nur der haben, der sich Angst machen lässt und es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Habt einen schönen Tag, wir sehen und hören uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Musik